Moin moin YouTube! Herzlich willkommen zum allerletzten Duell unserer Retro-Duell-Reihe. Heute zusammen mit The Envoy wird das großartige Finale unserer Booster Nummer 7 Clashes und ja, mal gucken wie es ausgehen wird. Legen wir doch mal los, oder? Du meinst, ich lege los. Oh ja, The Envoy lässt natürlich mich anfangen, oder? Wie? 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 Fang nicht an. Was ist das denn? Oh ja, natürlich. Du wirst jetzt mal ein bisschen plus sichern, du wirst also Deckout gehen. Natürlich. Ja. Jetzt werden wir unverschämt langsam, oder? Hm. Na, wirst du wieder ein paar Flederwischer abwerfen wie das letzte Mal? Was werfen wir denn weg? Werfen wir ein paar Topf der Giere ab. Du brauchst nicht 8 noch in der Hand. Sicher, sicher. Du hast gerade 11 Karten in der Hand, meine Fresse. Cannon Soldier und DD Warrior, okay. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Na? Müsst du abwerfen in der Endface? Ha. Ich glaub, das hast du vor, oder? Zu viele Monster gezogen. Mhm, mhm, mhm. Das hättet ihr ja. Oh, ja. So gefällt mir das, wenn ich dann damit anfangen kann. Warte mal. Set. Activate. Boah. Boah. Oh, ja. Copy-paste-dead-moves. Ist das Waboku? Boah, change of heart. What a pro move, boy. What a pro move. Summon. Nein. Oh, je. Die brauchst du nicht. So. Und zetten wir mal die. Und Endface. Natürlich change ich die. Hm. Dieser Pro-Set Change of Heart da eben. Er will trotzdem entsorgen. Okay. Hm. Machen wir einen kleinen Crash-Kurs. Dann such du mal zuerst. Ja. Was hast du denn da? Hm. 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 Ein Set und du bist dran. Mhm. White Magical Ass. Nope. Hm. Oh, nicht Set. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit All-In gehen möchte. Aber auf jeden Fall möchte ich das machen. Hm. Ach komm. Wir wollen nicht richtig Minus geben. Oh, yeah. Da reicht ein Kuribu nicht aus. Hat er recht. Ja. Da ist schon mal eine Karte weg. Und noch eine. Ah. Das war bestimmt nicht die, die ich wollte. Das war hundertprozentig nicht die, die ich wollte. Ach doch. Die wolltest du. Wahrscheinlich hat er noch drei Reikis in der Hand so. Jo, brauchst schon. Die wolltest du. Ja, hoi. Toll. Die wolltest du auf jeden Fall. Nein. 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 Hast du noch eine Reborn? Dann hasse ich dich. Wenn du noch eine hast, hasse ich dich. Nein. Mann. Ich habe keine Hand mehr. Dann sollten wir wenigstens noch Steal hier gegen Schluss. Einfach weg damit. Ist mir doch egal, was du hast. Oh, komm. Wie Darkhold in Top Deck. Darkhold oder Rengiki Top Deck. Oh Mann. Darauf hat er doch nur gewartet. Ich habe immer noch 100 Lebenspunkte mehr. Scheiße. Ist das schlecht. Du bist... Oho. Yeah. That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about. Deathmode. Oh, du willst mir was abwerfen. Habt leider nichts, Bro. Yes. Yes. Das kam, der kommt. Nein. Der Scumbag kommt. Der Scumbag kommt, besser gesagt. Mhm. Jetzt kommst du bestimmt mit dem Change of Art und noch Normal Summon Game. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Hm. Du hast gerade Doppel Reborn oder hattest du Trippel Reborn schon? Doppel Reborn. Niemand weiß es. Wie bitte? Hm. Hm. Hast du was vor? Pflanzen in OTK? Oh. Das finde ich interessant. Hast du ein Book, das es noch nicht gibt? Hm. Hm, 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 hm. 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 Natürlich zum Searchen. Ich glaube, ich search das hier. Ist safe. Das ist, glaube ich, ganz safe. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Na? End Phase. Das gefällt mir schon mal sehr. Oh Gott, dieser Draw. Summon? Nein. Doch. Nein. Mehr Minus für dich. Nein. Wie, noch ein Kuribu? Ja. Ja. Are you serious? Spielst du zwei von diesen Flauscheknäulen? Ja. Meine Güte. Oh. Er hält sich immer die Karte auf der Hand, die er behalten, die er will. Ja, geil. Ne. Ne. Nicht mit mir. Seine du hast noch einen, dann hasse ich dich. Schon wieder. Schön. Das war jetzt mein Kuribu. Phase Downs. Da presch mir doch mal durch. Und hoffen, dass du jetzt, naja, dass du jetzt keine Dings ziehst. Kein Happy Flederwisch. Wenn ja, dann bin ich salty. Gott, Gott, Gott. Ja, dann bin ich nicht salty. Weg mit dem Kram. Von mein eigener. Du Sack. Endlich haben wir das Spiel simplifiziert. Schön wenig Karten auf dem Feld. Und auf Hand. Gott war die Kombomis vorhin mit dem Triple. Das kann gar nicht sein, Alter. Einfach minus drei in einem Zug. Gib ihm hart. Ach, nö. Jetzt kommen die Topdecks. Die Topdecks. Na? Dreimal Topdeckier musst du abwerfen, zwei. Was war das? Change of heart? Oh, nö. Ich will auch einen Topdeckier nochmal haben. Oh. Backrow. Hm. Hm. Das mach ich doch mal. Ach, nö. Oh, ja. Einmal Vogue und Mirror Force. Oh, Bro, ist der Darkhole. Ah, das tut weh. Tag. Boah. Noch ein Fleisch. Ach ja, stimmt. Ja. Ich vergaß. Ja, ja. Noch Flauschknoll. Ja, war bo cool. Hat er sich noch einen Zug abgemacht. Das war aber jetzt die letzte Charity, oder? Ja, die letzte Charity. Und das sind auch keine Töpfe mehr. Da sind auch noch neun Karten im Deck. Hau rein da drüben. Ich hab, glaub ich, noch ne Charity und... Ich hab noch zwei Charities und noch nen Topf, oder so. Oh. Wehe. Zeig her, was du hast. Hm. Zeig her, was du hast. Hm. Hm. Oder? Ach n'ö. Oder auch... ...krieg mir sozusagen ordentlich Schaden, aber ich bin noch nicht raus. Das ist gut. Scumbag-Move kommt gleich von dir wahrscheinlich. Ich burn mich, ne? Ja, dankeschön. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh nein. Oh doch. Oh, 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 oh. Sehr, sehr doch sogar. Sehr, sehr, sehr doch sogar. Doch sogar sehr. Nee, lass mal. Oh Gott. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das? Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Weil jetzt möchte ich ein OTK dir geben. Ja. Die Frage ist nur, kriege ich das hin? Ich muss nochmal kurz gucken. Oh, wenn ich... Was haben wir noch so alles in den Greys? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann jetzt nicht checken, was wir in den Greys haben. Ich würde den abwerfen. Dann nochmal Plus holen. 2, 8. Das sollte doch reichen. Raigeki. Summon. Activate. Ja. Da ist er. Das ist nämlich dein. Ach so, ich dachte deine Elfenzwillinge. Richtig überhaupt, das ist schon drin. Ich glaube. Nee, das war letztes Game. Okay. Oh ja, Pflichteffekt. Oh ja, abwerfen. Du das. Oh Gott. Was hast du da noch, was du aktivieren kannst? Auf die A-Taste zurückdrücken. Und dann gebührt der dir das Game mit deinem eigenen Monster. So Leute, das war das allerletzte Duell in unserer Retro-Duell-Reihe. Morgen sehen wir uns nochmal kurz zum Deck-Profil und nochmal zu einem extra Video an dem Tag danach. Ich hoffe, euch hat dieses letzte Duell gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.